Musik Herzlich Willkommen, schön, dass ihr heute Zeit habt, einen Einführungsworkshop in die Feldenkreis-Methode zu besuchen. Ich freue mich auch, dass der ein oder andere sich online zugeschaltet hat zu diesem Workshop. Und ich hoffe, dass ihr viel Spaß haben werdet mit dem, was wir euch heute präsentieren werden. Mein Name ist Patrick Gruner. Ich bin der Leiter des Ausbildungsinstitutes zu den Feldenkreis-Ausbildungen in Frankfurt, München, Lindau und Berlin. Und bin gleichzeitig dort auch der pädagogische Leiter. Das heißt, ich bin derjenige, der über den pädagogischen Inhalt verantwortlich ist. Ich werde in diesem Einführungsworkshop in mehreren Sequenzen arbeiten. Das allererste, was wir machen werden, ist eine Stunde in dem, was wir Bewusstheit durch Bewegung nennen. Bewusstheit durch Bewegung ist die Methode innerhalb der Feldenkreis-Methode, wo ich euch einladen werde, auf dem Boden zu liegen und Bewegungserkundungen zu folgen. Und der einzige Weg, wirklich die Feldenkreis-Methode zu verstehen, ist tatsächlich, sie auszuprobieren. Deswegen würde ich auch die Leute, die heute zu Hause vor dem Computer sitzen, einladen, unbedingt sich auch am Boden zu legen und auszuprobieren und mitzumachen in diesen Lektionen. Nach dieser ersten Bewusstheit durch Bewegungsstunde möchte ich dann ein kleines bisschen zeigen, wie wir in der Feldenkreis-Methode mit unseren Händen berührend Fragen an Menschen stellen, so dass sie sich selbst ein bisschen besser kennenlernen. Dazu sage ich dann im Laufe der Demonstration, die ich dort geben werde, etwas mehr. Und ich werde für diese Art der Fragestellung ein ähnliches Thema benutzen, wie das, was ich jetzt für die erste Bewusstheit durch Bewegungslektion verwende, so dass vielleicht auch ein bisschen der Zusammenhang sichtbar wird, wie funktionale Integration, so nennen wir diese Einzelmethode, und Bewusstheit durch Bewegung zusammenhängen. Und danach werden wir in einem FAQ, also in einem Frequently Asked Questions Setting, die wichtigsten Fragen zur Feldenkreis-Methode und zur Feldenkreis-Ausbildung beantworten. Und diejenigen, die dann hinterher noch Lust haben, für die habe ich nochmal zwei Bewusstheit-durch-Bewegungsstunden am Ende unseres Workshops angehängt. Da könntet ihr einfach verschiedene andere Lektionen nochmal ausprobieren. Es sind sehr unterschiedliche Lektionen, eine ist dann etwas dynamischer, eine stellt nochmal andere Prinzipien der Methode dar. Und ich werde im Laufe dieser Stunden auch ein bisschen auf diese Prinzipien eingehen. Die Feldenkreis-Methode dreht sich im Endeffekt darum, mehr über sich selbst zu lernen, um effizienter in der Welt handeln zu können. Und was bedeutet handeln? Mit handeln meinen wir eigentlich alles, was wir im Alltag so tun, um irgendetwas zu erreichen, in Anführungszeichen, was wir uns gewünscht haben. Also ganz simple Handlungen könnten zum Beispiel sein, von A nach B zu gehen. Aber eine simple Handlung könnte auch sein, irgendetwas aus einem Schrank zu greifen oder den Tisch zu decken. Alles das sind Dinge, die wir tun, um eine bestimmte Absicht im Leben zu erfüllen. Und Handlungen bestehen aus verschiedenen Komponenten. Eine der Komponenten der Handlung ist zum Beispiel das, was wir in unserer Methode Denken nennen. Wir meinen damit nicht Denken im abstrakten Sinne, sondern wir meinen damit den Plan schaffen. Ich denke mir, ich will jetzt den Tisch decken. Das ist eine Absicht, die ich erst mal verfolgen muss. Und dazu brauche ich irgendwie einen kognitiven Aspekt. Dann gehört für jede Handlung dazu, dass ich, um handeln zu können, meine Sinnesorgane benutzen muss, um wahrzunehmen, was um mich herum passiert. Ich kann nicht handeln außerhalb der Welt, in der wir leben und unser biologisches System ist gebaut, Sinneswahrnehmungen durch unsere Sinnesorgane wahrzunehmen. Und wir würden in jeder Handlung zum Beispiel etwas sehen im Raum. Wir würden in jeder Handlung etwas hören, wenn wir diese Fähigkeit haben. Ganz sicher werden wir, egal was wir tun, in dem Augenblick, wo wir uns bewegen im Raum, eine sensorisch andere Wahrnehmung erleben. Also wenn ich zum Beispiel nur meinen Arm hier nach vorne nehme, verlagert sich mein Gewicht hier. Ich kann spüren, dass ich mehr Gewicht über meinen rechten Sitzöcker jetzt bekomme, als wenn der Arm hier liegen würde. Und das ist etwas, was auf unbewusster Art und Weise die ganze Zeit vorhanden ist. Also es gibt keine Handlung ohne diesen Spürenaspekt. Wir spüren uns, wir nehmen uns über unsere Sinnesorgane in der Umwelt wahr und gleichzeitig erleben wir. Und dafür gibt es etwas, dass ein eigenes Wahrnehmungsorgan in uns, das relative Veränderungen in uns registriert. Das ist die propriozeptive Wahrnehmung, die ich sozusagen wahrnehme, dass ich mein Handgelenk jetzt beuge, mein Handgelenk strecke. Das ist also etwas, was in den klassischen fünf Sinnen, von denen man spricht, nicht wirklich auftaucht, obwohl es immer da ist. Wir können ohne das nicht sein. Und dann ist jede Handlung zu eigen, dass sie mit einer emotionalen Qualität einhergeht. Jede Handlung bedeutet, etwas passiert auch auf emotionaler Ebene, weil jede Absicht emotional verbunden ist. All diese Dinge, denken, spüren in der Umwelt, emotionale Qualität und Bewegung treten gleichzeitig auf. Und das ist etwas, was Dr. Feldenkreis erkannt hat. Ich brauche nur eine dieser Komponenten verändern und das komplette Erleben dessen, wie ich in der Welt handle, verändert sich. Und Dr. Feldenkreis, der Begründer unserer Methode, war in seiner Zeit mit diesen Ideen sehr weit voraus. Das ist etwas, was man heute klassisch als Systemtheorie bezeichnen würde. Verändere einen Teil des Systems, das ganze System würde sich verändern. Das war etwas, als er die Feldenkreis-Methode entwickelte, gab es den Bereich der Kybernetik oder Systemtheorie noch überhaupt nicht. Die wurde da gerade erst entwickelt zu dieser Zeit. Aber er erkannte eben, nimm Bewegung und du veränderst das komplette Handeln von Menschen. Und das ist der Grund, weswegen wir in der Feldenkreis-Methode mit Bewegung arbeiten. Nicht deswegen, um Bewegung zu verbessern, das ist ein Nebeneffekt, sondern wir wollen sozusagen das gesamte Erleben der Persönlichkeit im Alltag anreichern und wir benutzen Bewegung dafür, um das zu ermöglichen. Deshalb Bewusstheit durch Bewegung und nicht etwa Bewusstheit mit Bewegung oder Bewegung und Bewusstheit oder sowas, sondern die Bewegung ist ein Mittel für uns, um diese anderen Komponenten zu bereichern. Wer sind die Menschen, die normalerweise zu uns in die Ausbildung kommen? Wir haben Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Das ist eines der großartigen Dinge an der Feldenkreis-Ausbildung, dass wir in unserer Teilnehmerschaft sehr unterschiedliche Menschen haben. Das bereichert die Ausbildung wirklich. Aber trotzdem kann ich so ein paar Kategorien einteilen. Es gibt Menschen, die arbeiten bereits mit anderen Menschen in irgendeiner Art und Weise auf professioneller Ebene, im weitesten Sinne in den medizinischen Berufen oder medizinischen Hilfsberufen. Menschen, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Ärzte, Heilpraktiker, Menschen, die irgendwie was mit anderen Menschen in einem therapeutischen Kontext tun. Und dort hat die Feldenkreis-Methode ihre Berechtigung. Wir haben aber mindestens genauso viele Menschen, die aus ganz anderen Bereichen kommen. Wir haben zum Beispiel sehr viele Menschen, die aus dem künstlerischen Bereich kommen. Das sind Musiker, Schauspieler, Sänger, Tänzer, die die Methode erlernen wollen, um ihren Ausdruck zu verbessern. Dann haben wir Menschen, die aus einem ganz anderen Bereich kommen, der sich am Anfang vielleicht etwas komisch anhört, aber wenn man ein bisschen mehr darüber erzählt, durchaus Sinn macht. Das sind Menschen, die kommen aus den Kampfkünsten heraus. Das sind meistens in Deutschland nicht so viele. Wir haben immer wieder Leute, die professionelle Kampfkünstler sind, also die Karate machen, Judo, Aikido oder sonst irgendetwas. Und die haben die Feldenkreis-Methode entdeckt, weil Dr. Feldenkreis Kampfkünstler war. Er war die Person, die Judo nach Europa gebracht hat. Und man kann tatsächlich die Feldenkreis-Methode in ihrer Gesamtheit nicht wirklich verstehen, wenn man nicht auch gleichzeitig diesen Aspekt der Bewegung betrachtet. Wie kämpfe ich? Das ist eine ganz grundsätzliche Frage. Da geht es um Handeln in der Welt im Sinne von Überleben, was uns Menschen über Jahrhunderttausende wahrscheinlich mehr beschäftigt hat, wie viele andere Fragen, die wir uns heute ausgesetzt erleben. Und dann gibt es oftmals in den Ausbildungen noch eine größere Gruppe von Menschen, die haben durch ein persönliches Erlebnis irgendwann entdeckt, dass diese Feldenkreis-Methode etwas Gutes für sie tut. Das sind Menschen, die waren irgendwo nach einem Unfall zum Beispiel in einer Reha und haben dort erlebt, Feldenkreis ist etwas, was sich gut anfühlt. Oder Menschen haben das irgendwo anders in ihrem Leben entdeckt und auf einmal stellt man fest, das ist etwas, was mir mehr hilft als alles andere in den Fragen, die ich so habe an meinem Leben. Und deswegen kommen die zu uns in die Ausbildung, um das nochmal auf eine ganz grundlegende Art und Weise zu erlernen. Noch ein paar Worte über Bewusstheit durch Bewegung, vor wir dort gleich reingehen. Eine der wichtigsten Fragen ist, ich werde euch gleich einladen, Bewegungserkundungen zu machen. Das Wichtigste daran ist, dass die Bewegung, wie ich schon sagte, ein Mittel zum Zweck ist. Und das bedeutet, ihr geht mit diesen Bewegungen auf eine Art und Weise um, dass ihr euch selbst Fragen stellt. Und Fragen stelle ich am besten, indem ich die Bewegung kleiner mache, einfach um zu entdecken, wie genau mache ich die Bewegung. Wenn ich gleich immer an die Grenze dessen gehe, was ich an Bewegungsmöglichkeit habe, dann ist die Frage, die ich stelle, ab wann kann ich nicht mehr. Und das ist für uns eigentlich irrelevant. Die Frage, die für uns interessant ist, ist die Frage, wie genau organisiere ich mich in der Bewegung. Also macht weniger, als ihr könntet. Um diese Frage des Wie-genau genauer zu beleuchten, macht es auch Sinn, die Bewegungen etwas langsamer zu machen, als man sie normalerweise machen würde. Einfach um nachzuspüren, was mache ich da genau. Und das Dritte, was ich euch einladen möchte, ist, macht diese Bewegungen, auch wenn ihr sie mehrfach ausführt, nicht im Sinne einer Übung, ich mache eine Bewegungsübung und bewege mich auf die gleiche Art mehrfach, sondern versucht, Variation reinzunehmen. Das heißt, jedes Mal stellt eine kleine, ein bisschen andere Frage. Wenn ich den Arm hebe, was ist anders, ob ich die Hand gerade lasse oder ob ich die Hand hängen lasse, was verändert sich dadurch, kann ich spüren, wie sich das ändert. In meinem Schultergelenk zum Beispiel und solche Dinge. Und ich denke, das ist so das Wichtigste, was ich sagen kann an der Stelle. Und wie gesagt, ich lade euch ein, gleich auf den Boden zu kommen, das auszuprobieren. Und das Wichtigste dabei ist auch, dass ihr eine Lösung findet, dafür Spaß zu haben. Weil ohne Spaß ist das Einzige, was ich lerne, wenn ich etwas mache, dass das, was ich lerne, keinen Spaß macht. Deswegen ist Spaß ein zentrales Element an dem Ganzen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020